Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Heute wollen wir uns die neuen Perks, die mit 1.26 ins Spiel gekommen sind, für die schweren Panzer anschauen und schauen, welche davon hilfreich sein könnten und welche man von den bestehenden noch braucht. Wenn ihr die Videos zu den Artis und zu den TDs noch nicht gesehen habt, zu diesen Klassen habe ich das Video ja auch schon gemacht, dann schaut mal gerne rechts oben in die Infokarte. Zu den Mediums und zu den Lights wird es natürlich auch noch ein entsprechendes Video geben. Die grundlegenden Änderungen, wie auch bei den vorherigen Videos schon, sind schnell erklärt. Wer da ganz tiefer einsteigen will, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich die Artikel von der World of Tanks-Seite mit verlinkt, da könnt ihr das Ganze auch nochmal in Ruhe nachlesen. Auch nochmal fix alles zusammengefasst, jedes Mannschaftsmitglied hat nur noch 6 Slots für Perks, für seine Hauptspezialisierung. Mit Hauptspezialisierung meint es zum Beispiel den Kommandanten oder den Funker oder den Ladeschützen etc. In diese 6 Slots zählen auch die Zero-Perk-Slots mit rein. Also egal, wie ihr es redet und wendet, es bleibt bei 6 Slots für Perks, für die Hauptspezialisierung. Hat ein Mannschaftsmitglied mehr als nur eine Hauptspezialisierung, also zum Beispiel der Kommandant, der auch der Funker ist, dann nennt sich das erstens sekundäre Spezialisierung. Und für diese sekundäre Spezialisierung gibt es 3 Bonus-Slots, die mit 50% Geschwindigkeit parallel zu den Hauptspezialisierungen gelernt werden und für die man keine extra XP braucht. Das heißt, während ihr 2 Perks der Hauptspezialisierung freischaltet oder 2 Slots, schaltet ihr kontinuierlich auch einen Slot für die sekundäre Spezialisierung frei. Für diese Bonus-Slots werden, wie wir es schon gesagt, keinen zusätzlichen XP benötigt und die Anforderungen bleiben immer gleich. Also egal, ob ihr gerade den 1. 2. oder den 3. 4. oder den 5. 6. Slot der Hauptspezialisierung freischaltet, ihr schaltet parallel halt auch immer zu den 1. 2, zu den 2. und zu den 3. 2. jeweils 1 Slot für die sekundäre Spezialisierung frei. Besatzungsdetektiven supporten ab sofort nur noch gelernte Perks und ihr könnt euch damit also keinen siebten Perk erschummeln, in Anführungsstrichen. Und wenn alle 6 Perks gelernt sind, werden die überschüssigen XP, die ihr danach noch ansammelt, zu 50% in Crew-Bücher a 100.000 XP umgewandelt und das ist fortlaufend, da gibt es glaube ich kein Limit. Mehr Infos, tiefergehende Infos, wie gesagt, in den offiziellen World of Tanks Artikeln, die ich euch mit in die Videobeschreibung reingepackt habe. Schauen wir uns nun die Perks für die Heavies an und gehen dabei Schritt für Schritt durch die Mannschaftsmitglieder durch. Eine Priorisierung ist, das habe ich letztens auch schon gesagt, bei den nicht-ART-Klassen deutlich schwieriger, da die Fahrzeuge teils völlig unterschiedliche Aufgabenfelder bedienen, obwohl sie zu einer Klasse gehören. Ich werde versuchen, die Perks soweit möglich einzuordnen. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr für eure Panzer, Mannschaften und Spielweisen die Priorisierung immer noch mal so ein bisschen selbst mitdenkt. Perks, die ich wirklich als nicht relevant betrachte, lasse ich weg. Habe ich einen Perk weggelassen, den ihr für die Heavies als wichtig erachtet? Ergänzt es gerne in den Kommentaren mit euren weiteren Gedanken dazu. Los geht's mit dem Kommandanten und hier direkt Waffenbrüder und Reparatur sehe ich für alle Mannschaftsmitglieder bei einem schweren Panzer als Gesetz. Das hier einmal quasi für den Kommandanten erläutert und erwähnt. Bei den nachfolgenden Crew-Membern werde ich es immer noch mal kurz erwähnen, aber nicht tiefer drauf eingehen. Tarnung sehe ich für einen Heavy generell nicht als Gesetz, gerade weil wir halt jetzt dieses Limit mit diesen sechs Slots haben. Weiter geht's mit dem Mentor. Der erhöht die verdienten XP aller Mannschaftsmitglieder. Meiner Ansicht nach, gerade bei neuen Crews, die neu anfangen, ist es durchaus ein Perk, den man mitnehmen kann. Ist aber natürlich Ansichtssache, weil der Mentor natürlich einen Slot belegt, den man für etwas anderes verwenden könnte. Und wenn man den später nicht mehr braucht, muss man natürlich noch mal umschulen. Weiter geht's mit Notsituationen, natürlich für Nahkämpfer relevant, was Heavies natürlich sind. 5% Bonus für 15 Sekunden auf die Mannschaftseffizienz beim Erleiten von Schaden. Ja, und das sind halt Heavies. Heavies sind in der Regel an der Front, kriegen auch mal Damage und dann ist das natürlich ein sehr sinnvoller Perk. Weiter geht's mit Praktiker. Kürzere Cooldown-Zeiten für Verbrauchsmaterial. Also man kann öfter die Kette wieder reparieren oder den Stun entfernen oder halt einen Tod des Mannschaftsmitglieders wieder erwecken. Sehr, sehr praktisch. Geräuscherkennung. Heavies sind gerne im Fokus, nicht nur im Kampf mit anderen Heavies oder mit anderen Fahrzeugen, sondern natürlich auch mit der Artie. Und auch wenn Heavies in der Regel langsam sind und bei der Geräuscherkennung vielleicht nicht so eine hohe Relevanz, was das Ausweichen angeht, bringt aber die Geräuscherkennung auch noch einen minus 10% negativen Effekt durch Betäubung mit. Und das kann natürlich bei einem Heavy durchaus relevant sein. Ansonsten noch Speer für mehr Sichtweite. Ja, mehr Sichtweite ist immer gut, auch wenn wir am Heavy sitzen. Gegner aufklären zu können, besser aufklären zu können, ist gerade im Mit- und im Late-Game auch für den Heavy durchaus relevant. Der Richtschütze. Auch hier Waffenbrüder und Reparatur ist für mich gesetzt. Weiter geht's mit ruhiger Hand. Gun-Handling verbessert bei Turmdrehung. Besseres Gun-Handling ist immer gut, kann man immer gebrauchen. Weiter geht's mit schnelles Zielen. Auch hier nochmal bessere Zielerfassung. Also im Grunde auch besseres Gun-Handling und mehr Turmdrehgeschwindigkeit. Auch das ist gerade Turmdrehgeschwindigkeit bei dem Heavy durchaus ein relevanter Punkt. Büchsenmacher der RNG wird reduziert von plus minus 25% auf plus minus 20%. Man kann also besser planen, sag ich mal, ob man jetzt durchschlägt oder halt jemanden rausnimmt. Und auch hier für den Heavy, auch wenn es nur 1,5% sind, wird die Genauigkeit nochmal gebufft. Und das ist natürlich gerade bei Heavy-Kanonen auch immer recht brauchbar. Nächster Perk Scharfschütze. 3% Bonus auf Chancen für Modul- und Crewschaden. Heavys sind zum Schadenmachen da und von daher durchaus ein Perk, den ich empfehlen würde. Und am Ende die Konzentration, wo man sich durchaus streiten kann. Denn die verringert die Geschützstreuung bei stationärem Fahrzeug 3 Sekunden nach dem Anhalten. Und dann muss man jetzt überlegen, welche Aufgabe der Heavy erfüllt, wo die Mannschaft jetzt drauf angesetzt ist. Also ein richtiger Brawler-Heavy, der steht gar nicht so oft, gerade im Nahkampf, wie man denkt. Kann aber auch für Supporter-Heavys ein durchaus relevanter Perk sein. Weiter geht's mit dem Fahrer. Auch hier Waffenbrüder und Reparatur ist gesetzt. Weiter geht's mit Fahren wie auf Schienen. Ein Perk, der bessere Soft-Stats der Kanone beim Fahren liefert. Und so bessere Soft-Stats, besseres Gun-Handing ist immer gut. Der Meister am Bremshebel als nächster Perk. 5% Wendegeschwindigkeit. Heavys sind oft träge Fahrzeuge. Und mehr Mobilität, gerade was die Drehfreudigkeiten angeht, ist gerne willkommen. Der Ingenieur. Plus 1 Top-Speed. Vorwärts wie rückwärts. Auch hier wieder das Argument der Mobilität. Feind der Geschwindigkeit. Heavys sind nicht die schnellsten Fahrzeuge. Und so ein Perk kann natürlich entsprechend da helfen, das Fahrzeug etwas mobiler zu machen. Verlässliche Positionierung. 10% Schadensabsorption bei HE-Granaten. Gerade Heavys stehen doch gerne mal im ART-Fokus. Und das kann dann natürlich helfen, da ein bisschen bei den Treffern das ein bisschen zu reduzieren, den Impact. Das Thema mit dem Fallschaden, der da auch reduziert wird bei der verlässlichen Positionierung, sehe ich jetzt nicht so wirklich als relevant. Dann, wenn man nicht in der Lage ist, richtig zu fahren, gut, dann ist man eigentlich selber dran schuld. Dann hilft da auch oder sollte da auch nicht nochmal ein Perk dazu helfen. Und der Rambog. Das kann lustig sein, aber meiner Meinung nach ein Perk, den man eigentlich nur mitnehmen sollte, wenn man ansonsten nicht weiß, was man levelt soll. Weil der doch dann schon recht selten relevant ist. Als viertes der Ladeschütze. Waffenbrüder Reparatur ist gesetzt. Als nächstes die Munitionsanpassung. 2% mehr minimaler Durchschlag und minimaler Alpha. Hebt also das Ganze ein bisschen an. Man durchschlägt vielleicht ein bisschen häufiger und macht vielleicht im Schnitt ein bisschen mehr Alpha. Das hilft natürlich immer. Dann der Nahkampf. Verringert Nachladezeit um 2,5% bei Gegnern innerhalb von 50 Metern. Das ist natürlich gerade für einen klassischen Brawler-Heavy, der an der ersten Reihe steht. Der mit dem Gegner wirklich face-to-face sich die Granaten in die Fresse schießt. Unbedingt erforderlich, den Perk mitzunehmen. Bei so Supporter-Heavies vielleicht nicht unbedingt wichtig, aber für mich auf jeden Fall ein sehr relevanter Heavy-Perk. Vorahnung, schneller Granatenwechsel kann immer mal helfen, um auf eventuelle Gegner zu reagieren, wo man vielleicht mal eine Premium-Granate braucht oder wo man sie dann eben nicht mehr braucht. Perfekter Ansturm, mehr Mündungsgeschwindigkeit. Das heißt, die Granaten sind einfach früher am Ziel. Man muss weniger vorhalten und bekommt einfach ein besseres Trefferbild. Mag jetzt bei den Brawler-Heavies nicht ganz so relevant sein, aber gerade Supporter-Heavies oder auch im Late-Game kann das durchaus helfen. Und sichere Ladung, natürlich bei schweren Panzern, wo gerne mal das Munitionslager rausfliegt, sollte man darüber auch ernsthaft nachdenken. Das fünfte Mannschaftsmitglied zum Schluss, der Funker. Auch hier Waffenbrüder und Reparaturen natürlich gesetzt. Seite an Seite. 2,5% Besatzungseffizienzbonus, wenn verbündetes Fahrzeug einer gleichen Klasse innerhalb von 50 Metern steht. Und da sehe ich auch wieder die ganz klassischen Brawler-Heavies, die in der Heavy-Lane stehen, wo zwei, drei Heavies des eigenen Teams aufeinander hocken und dort an verschiedenen Ecken innerhalb von 50 Metern aber zusammenarbeiten. Als super relevanten Perk. Aber auch wenn ihr das Fahrzeug oft oder die Mannschaft oft im Bollwerk oder im CW mitnehmt, auch da kann das ein sehr, sehr relevanter Perk werden. Brandbekämpfung. Wenn euer Panzer oft brennt, beziehungsweise wenn ihr ohne Feuerlöscher und mit den Premium-Verbrauchsgütern fahrt, dann ist das natürlich ein Perk, über den man nachdenken sollte. Wenn ihr einen automatischen Feuerlöscher mit habt, dann sehe ich den jetzt nicht wirklich als relevant an. Signalunterbrechung. 0,75 Sekunden frühere Lampe. Das kann natürlich helfen, gerade bei Supportern, die nicht in der ersten Reihe kämpfen. Oder auch dann im Late-Game kann das auch für jeden anderen Heavy sehr, sehr wichtig sein. Die Weitsicht. 3% mehr Sichtweite. Ja, da muss man halt abwägen, gerade wenn der Funker kein eigenständiges Mannschaftsmitglied ist. Also nur eine sekundäre Spezialisierung ist das vielleicht ein Perk, den man nicht unbedingt mitnimmt. Aber mehr Sichtweite ist immer relevant, auch für den Heavy. Vielleicht vor allen Dingen dann im Late-Game oder so. Kann das schon helfen, den Gegner spotten zu können. Und die Funkstörung. 1%... 1%? Quatsch. Eine Sekunde weniger aufgeklärt bleiben. Das hilft natürlich, um nicht mehr aufgeklärt zu sein und dementsprechend Positionswechsel vornehmen zu können oder keinen Schaden mehr zu bekommen. Klar, die klassischen Frontschweine brauchen das jetzt im klassischen Kampf nicht unbedingt. Aber wenn ihr Supporter seid oder auch im Late-Game kann das durchaus helfen. Das soll es auch schon gewesen sein mit den neuen und gegebenenfalls auch alten Perks für die schweren Panzer. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen bzw. euch ein bisschen helfen, eine kleine Inspiration liefern. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ergänzt gerne eure Gedanken in den Kommentaren. Teilt das Video auch gerne weiter, damit auch andere Hilfestellungen bekommen und ihr mich hier in meiner Arbeit unterstützt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Mein Dank geht auch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. GimWorn, Fan, Kule, Kirtano, Carbein, Heimtal, Rico, Rohrblitz und JanVG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020